Hey Leute und herzlich willkommen bei einem richtig geilen Unboxing. Wie ihr schon sehen könnt, handelt es sich hier um die Limited Edition von Horizon Zero Dawn. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich jetzt auf dieses Spiel gewartet habe. Morgen kommt es raus. Mir wurde es heute schon geliefert. Richtig, richtig geil. Wir haben hier eine kleine Box richtig geil geliefert, wie sie auch aussieht. Sieht einfach nur herrlich. Ich glaube, ich saß 10 Minuten hier erstmal rum und habe erstmal nur die Box betrachtet und sie angefasst, weil sie einfach so geil ist. Sie hat dieses gummiartige, matte Stilform. Also es ist wirklich diese Beschichtung. Ist einfach so gummiartig. Man hat einfach Bock, es anzufassen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ganz leicht, glitzernd und reliefartig. Horizon, ja, der Schriftzug. Sehr geil. Hier unten USK ab 12. Ich dachte ehrlich gesagt, das Spiel wäre ab 16 gewesen. Aber da könnt ihr euch mal sehen, da habe ich mich geirrt. Dann ist es noch von Gorilla. Ja, und es soll ja angeblich das Spiel des Jahres höchstwahrscheinlich werden und es sein. Nur auf Playstation, da werden sich jetzt viele PC- und Xbox-Spieler in den Arsch beißen oder sagen, weg mit der Konsole und auf, auf zur Playstation. Ja, was haben wir hier? Schade ist, ich habe versucht, den hier schon mal abzumachen, weil der stört mich irgendwie tierisch auf der Box. Da müsste ich mit Reiniger und allem drum und dran da rumfriemeln, damit der abgeht. Richard, der ist ziemlich fest draufgeklebt worden. Das finde ich ziemlich scheiße. Geschweige denn genauso wie hier, dass genau hier dieser Klebestreifen, da wo man das aufschneiden musste, auch drauf ist. Finde ich auch sehr kacke. Muss ich mal schauen, ob ich das abbekomme. Ansonsten, sehr geile Box. Ihr denkt euch so, oh geil, was ist das denn hier? Ja, wir haben hier sogar noch eine kleine Schlaufe. Und wie geil ist das? Eine Schlaufe. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Nein, das gab es bei Watch Dogs auch nicht. Die Edition habe ich ja hier. Das war ein einfacher Scheiß-Pappkarton drumherum. Hier haben wir wenigstens einen schönen, harten Karton. Wir drehen das mal ganz so um. Es ist hier sonst nichts drauf, außer man kann sich so schön ins Regal stellen. Mit hier Horizon Zero Dawn Limited Edition PlayStation 4. Sehr, sehr schön gemacht. Auf der Rückseite sehen wir dann nur erstmal sehr cool das Design auch ganz anders, wie man es sonst kennt. Ein Spieler nur, mindestens 43 GB. Da kriegt man wieder das Weinen. DualShock, Vibrationsfunktion, bla bla bla. Unterstützt, Remote Play, PS4 Pro. Ja, okay, dass man auf PS4 Pro das spielen kann, ist ja wohl logisch, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Warum sie das jetzt extra noch als Zeichen dazugetan haben, weiß keiner. Ähm, HD Ready, ja, sollte es sein. Äh, Earth is yours, no no more. Oh, ja, 1000 Jahre in der Zukunft, Maschinen streifen durch das Land und die Menschheit ist nicht mehr die dominante Spezies. Eine junge Jägerin begibt sich auf einer Reise, um ihr Schicksal zu ergründen. Die Limited Edition, der Inhalt. So, Horizon Zero Dawn auf Blu-ray Disc. Okay. Steelbook-Gehäuse, schauen wir uns gleich an. The Art of Horizon Zero Dawn. Artbook ist drinne. Dynamisches Design für PS4 ist drinne. Bonus-Gegenstände im Spiel. Kawa-Sturmhüterin-Outfit und Machtbogen. Kawa-Händler-Paket. Banuk-Vorreiterin-Outfit und Coilbogen. Banuk-Reisende-Paket. Das Einzige, was in dieser Ultimative Edition, in dieser Collections Edition drinne ist, mehr drinne ist, ist eigentlich nur nochmal so ein neues Outfit und ansonsten nur noch diese riesige Statue von ihr. Ähm. Ich hab mir von dem Spiel kaum was angeschaut, wenn gar nichts, bis auf ein paar Trailer, weil ich wollte mich nicht spoilern lassen. Und jetzt freu ich mich einfach nur, dass ich spielen kann, endlich. Ähm. Sehr geiles Design von hier hinten, muss man ja wohl sagen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr Hammer. Also, ich freu mich tierisch. Ich konnt's kaum erwarten, heute dem Postbot entgegenzuspringen, wie er mir das Paket, weil ich hab gestern Abend noch nachgeschaut, da hieß es, öh ja, das Paket wurde jetzt um 11 Uhr nachts, weißt du, so losgeschickt und ich denk so, oh, jetzt halten die das noch bis Mittwoch mir fest oder weg, ey, das soll ja wohl ein Scherz sein. Aber nein, jetzt um 4 Uhr kam dieses Paket an und das konnte ich mir natürlich nicht verkneifen. Ähm. Falls ihr Sachen habt, wie, äh, ob das professioneller werden soll, das Unboxing und, 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 schreibt's mir mal in die Kommentare. Ich hoffe, bis jetzt gefällt euch mein Unboxing so, wie ich's mache, was ich euch dazu sage, erkläre und mache immer. Äh, einfach mal wissen lassen, dann weiß man auch, wo man dran ist bei euch, ja. Vielen lieben Dank. So, und jetzt geht's weiter, wie gesagt, mit einer Hand hier wieder, aber die Schlaufe macht's möglich. Sehr cool. Ihr zieht nämlich dadurch, gut, wir machen's jetzt ohne. So. Ja. Oh, komm schon, du Scheißding. So. Sehr schön, ihr seht, wenn man's elegant lösen könnte, also wenn man's elegant gemacht hätte, hätte man jetzt so schön an der Schlaufe gezogen, da wir nicht elegant sind. Es sind nur ein paar Kacknups, die sich auf ein Spiel gefreut haben. Pack ich's aus. Ja. Äh, wie ihr seht, seht ihr identisch das gleiche Bild. Und das ist unsere Steelbook. Und ich muss ehrlich sagen, ich sammle ja Steelbooks, ihr wisst es ja, ich liebe Steelbooks, äh, für mein Leben gern. Also, für mich gibt's alles, was eine Steelbook, äh, wenn eine Steelbook rauskommt oder sonst was, bin ich der Erste, der direkt die Steelbook unbedingt in der Hand irgendwie haben muss. Ähm, wir haben hier eine Hardcase, also wie gesagt, eine Steelbook halt. Von vorne, sehr, sehr cool. Von der Seite sehen wir PS4 Horizon. Sehr schön wieder. Von hinten sehen wir nur anscheinend wahrscheinlich irgendein Emblem für einen Stamm. Äh, das hier stört ein bisschen. Ach nee, das kann man abmachen, Gott sei Dank, hier die Nummer, weil ich hab grad gedacht, so, was soll der Scheiß? Äh, die Nummer kann man abmachen, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Und dann machen wir das ganze Paket mal auf. Nicht wundern. Ha, jetzt habt ihr schon gedacht, geil, da kommt der Codeman gegen geflogen. Nein, Leute, ich hab natürlich das Paket vorher aufgemacht und den Code schon mal rausgeholt. Nicht, dass mir sowas Trauriges passiert. Hier haben wir die Blue Way und ihr seht schon, sehr, sehr cool. Und da steht auch Peggy dann ab 16 für Österreich. Blue Way, Disc und Alloy, richtig geil da drauf. Hier haben wir dann so unser, ihr wisst ja noch von früher, hatte man ja nochmal, da hatten sie ja noch Geld für, äh, schöne Handbooks, ja, dass man, äh, schön mal sieht. Ach ja, jetzt machen sie mittlerweile überall nur noch Werbung, Kaufplay C+. Und, was auch sehr toll ist, wir haben hier wenigstens noch, wenigstens noch, muss man ja sagen, noch eine kleine Steuerung, äh, ein kleines, ähm, die Standardsteuerung, wie was funktioniert, gibt's ja in den meisten Spielen mittlerweile nicht mehr. Da gibt's ja nur noch dieses Fragen, ist ja ein Arzt oder Apotheker, falls irgendwas mit Ihnen nicht stimmt. Äh, das haben wir jetzt natürlich hier drinnen, äh, nicht mehr. Ja, das haben wir jetzt dafür in Form eines Kaufplay C+, vor allem Kaufplay C+, für ein Spiel, was nur Offline ist, äh, und wir haben hier die Standardsteuerung. Finde ich immerhin schön. Früher gab's noch richtige Bücher, da hatten die Leute noch Geld. Die Macher, ja, heutzutage müssen sie an jedem Cent sparen, weil die kriegen ja durch uns kein Geld, nee. Okay, so, wir haben hier dann nur noch einmal die CD, sehr schön, ja, und wir haben hier ein schönes, schönes Bild, oh, jetzt, jetzt glänzt die Scheiße hier wieder. Ähm, wie ihr sehen könnt, seht ihr mich im Hintergrund? Äh, nein, aber wir haben unseren Fokus mal auf das Steelcase. So, wir sehen hier ein paar, wenn Menschen einfach nicht mehr da sind, wie sie sein sollten, ihr seht, zerfällt alles, die Natur zerbricht, aber komischerweise sind ein paar Dinosaurierartige Maschinen dort und das finde ich eben ziemlich geil und freue mich schon aufs Erkunden. Dann hätten wir, wartet mal, die tun wir mal wieder da rein, bevor wir die jetzt hier wegschmeißen. Das ist auf jeden Fall da drin, wie gesagt, die Edition kostet auch, äh, schlappe, äh, schlappe, sage ich schon, schnappige 85 Euro. Also sollte man sich überlegen. So, und jetzt kommt wieder dieser Kritikpunkt, wo ich die meisten kenne. Was ist das? Ja, das ist ein Artbook. Ja, ihr seht, die Größe vom Artbook ist ein Witz, ja. Also, aber sehr schön auf jeden Fall, wieder Hardcover, sehr schön, der Art of Horizon Zero Dawn von Dark Horse. Und sehr, sehr schön wieder gemacht. Wir blättern mal grob durch, hätte ich jetzt gesagt. Ah, schön. Oh, noch schöner. Ah, hier beginnt der Spaß. Wir haben hier ganz kleine Skizzen nur, von dem, so wie es aussieht nach einer Weile, die Natur nimmt sich ja alles zurück, wenn die Menschen sie nicht bewohnen. Sehr, sehr schön auf jeden Fall alles. Ich fand die Bilder sehr, sehr gut auf jeden Fall. Hier die Artworks fand ich sehr cool, dieses Konzeptzeichnungen fand ich auch sehr, sehr cool. Hier waren dann die, ähm, ich denke mal, das sind die Outfits. Ich denke, die zwei hat man, glaube ich, bekommt man jetzt. Und das dritte ist das, wenn du die Collections Edition kaufst. Oder wenn du vorbestellt hast vielleicht. Also das sind auf jeden Fall die Bögen. Und den Bogen kann man ja noch umfunktionieren zu so einem Speer, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, sehr coole Bilder auf jeden Fall. Weil ansonsten sage ich immer, ein Artbook interessiert mich eigentlich recht wenig. Weil die Artbooks sind meistens nur noch so, nicht mehr große, schöne Bilder mit Texten oder so. Sondern einfach nur wirklich stumpf ein paar Bilder so gezeigt, die sie irgendwann mal kreiert haben. Äh, finde ich ein bisschen schade. Aber naja, das ist wohl anscheinend heutzutage das Standard so. Und da müssen wir halt nachleben. Wir haben hier ein bisschen die Krieger. Die verschiedenen Stämme sind hier aufgelistet. Eklipse. Ihr seht, wofür die dann stehen. Anstatt die dann ein klein bisschen was dazu schreiben. Wofür die vielleicht stehen oder so. Nee, machen sie nicht. Haben sie keine Lust zu. Gut, müssen wir halt selbst erraten. Oder es im Spiel herausfinden. Sollte die Story so gut sein und es erklärt werden alles. Aber sehr, sehr schöne Bilder, muss man auf jeden Fall trotzdem sagen. Die Gangs und so. Die ganzen Clans. Aber die Dinosaurier, sehr wenig Dinosaurier werden gezeigt. Hier werden mal drei, vier Bilder gezeigt von den Dinos. Äh, finde ich sehr cool. Ein Adler. Ein Nilfett soll das vielleicht sein. Und das ist wahrscheinlich ein Hirsch. Aber der große T-Rex hat mir jetzt gefehlt in dieser ganzen Reihe hier. Dafür war nur dieser große Langhals da. Was ziemlich, ziemlich geil sein soll. Und das ist auch schon das ganze Artbook. Also ihr seht, sehr viel ist es nicht. Aber es ist immerhin etwas. Und das bietet die ganze Edition von Horizon Zero Dawn. Die Limited Edition mit dem ganzen Boni und die Steelbook. Und dafür ist für mich schon das eh das Highlight. Äh, vielen Dank wieder fürs Zusehen auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn was war. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Unboxing. Haut rein, viel Spaß noch und bis demnächst.